das klappt jetzt bestimmt nicht so gut ich hasse es wenn man über 18 grad ist am besten ja ich mag es also tagsüber geht es also tagsüber halte ich es eigentlich auch noch relativ gut aus wenn die luftfeuchtigkeit nicht so gut also da komme ich auch mit den 29 grad klar geht aber weißt im sommer hast du teilweise wenn das richtig heiß draußen ist 40 grad hier in der bude und das ist unschön weißt du was das schlimme ist ein draußen können 30 grad sein hier drin in meinem zimmer habe ich dann 14 grad kauf das ist tierisch warm ich bin hier drin ich muss schon wieder pullover anziehen sitzt im keller eben nicht wie ich besitze im geschoss ich ziehe zu dir und sobald ich raus gehe ich netzeschlag ja ich wohne unterm dach und habe über mir noch so mini spitzboden und der wird furchtbar heißen selbst draußen nachts 15 grad sind und ich hier auf durchzug macht wird dich richtig kühn weil von oben immer weiter bollert und schön ja da wird sich der schrubel fahrt die freuen und da da war dann nämlich jetzt wenn ich guck gerade die klüngeln sich da ja alle ab rum gehe weg lass mich in ruhe ein bisschen was kommt jetzt richtung cd ich habe das gefühl wenn wir nach d gehen sind vom arsch ja das glaube ich auch du bist auch schlachtschiff ne lass uns mal eine kurve richtung b machen und dann gucken wir mal was die anderen so anstellen alles klar okay halbe geschwindigkeit das ist auch gemütliche minus 20 jetzt weiß ich warum du so nordpol wetter haben wolltest die daten jetzt schon ein bisschen zu kalt aber mir wäre lieber zu kalt als zu warm weil irgendwann ein bisschen nackt und mehr kannst du da nicht ausziehen so gesehen ich wohne ja direkt am hafen und wir haben immer angenehm viel wind da kann es gerne mal windig und 24 grad optimal optimal perfekten temperaturen okay ich komme trotzdem nicht nach hamburg warum nicht du alte so kass jetzt auf mich geschossen dafür kommst du die reine drei decken wird und gibt ihm drei decken winter heißes und kurze hose schießen die schon wieder aufeinander sind die doof oder wird wir kriegen besuch von einem ja die bischmacht groß scheiße tatsache eine bismarck drei wir sind noch alle viel zu wenig für mich und schon kommen die stücker ich bin so ganz spontan dafür wir drehen noch mal um drehen noch mal kurven fahren macht spaß sind ja alle noch nicht immer eine reichweite also ich hoffe ich bin jetzt nicht in deine was machst du natürlich dankeschön du kackschiff das waren kreuzer das war unsere kreuzer walter schwede jamino weißt du ganz genau du hast auf mich geschossen du hast mir ganz böse schaden gemacht und der dann die kann sich bestimmt auch noch daran erinnern zur not habe ich das glaube ich alles sogar auf youtube ich glaube das ist sogar schon oben jawohl ich habe voll die proofs die haben ein zerstörer verloren aber dass du mich in ein achter mit schreiben kann ich denn dafür immer sind die anderen schulden da hast du ein glück dass katzi nicht da ist den würde ich jetzt auf dich hetzen was will er machen es ist ja es ist katzi ja und spielt eigentlich noch einer von tsk nein wer ist nur du weiter das war es aber auch ich habe habe letztens noch überlegt ob ich mir dieses player ja genau mal zulegen soll aber ich habe die befürchtung dass ich da einfach nur abkacken werde es ist nicht jedermanns spiegel sagen wir es mal so wollen was wollen wir es versuchen zu zweit so total dreist d ich tucker schon langsam richtung d ich habe nur angst weil ich ganz gut weiß dahinten tuckert auch die bissen macht und co rum ja und dahinten kommt die kann ganz böse aua machen bei mir weil da die drei unterschiede sind ja wie sagt man so schön das hat nichts zu heißen genau das machen wir mit skill welt ich war da doch in einem franzosen pappelkreuzer und du in der fuhr so das war also bestimmt anders nein war es nicht wie nun ich hatte einen scheiß tag und du hast mit baguettes auf mich geschmissen das das hat wir getan mann nicht net da ist sie die bismarck unglaublich unglaublich komm schieb 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 auf sieben wo du hast diese komische tarnung wie cool hat auch mitgemacht ich weiß gar nicht gewonnen ich habe es ewig lang dann nicht angerührt zwischendurch und du machst ja automatisch du musst dich ja nur anmelden und sagen für welches team du bist und der rest davon ist selber ich weiß ja nicht mal wo man sich hätte anmelden sollen wer schießt denn da sind aber 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 diese nur ich brüche und bekannte für der bismarck ja ich auch aber irgendwie ach ich brenn hier nur das ist ja süß das alles ja ich habe gerade schon strukturpunkte wieder herstellen müssen die hat mir böse 1 reingewirkt nein geh weg ich will doch nur kurve drehen north carolina hängt auch da hinten rum dann drehe ich jetzt komplett auf frisst das wir kommen schrift dreh schneller dann nicht bereit dafür die sache ich bin feuer und flamme dann scheiß secondary ne warte ich bin feuer und leute voll von einer kack secondary zur hölle mit einer secondary meine 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 nein du darfst mir die nicht klauen du bist böse verdammt achst dann immer schlaf gut träumt fein kommt gut raus morgen und ich habe gerade festgestellt du wirst dann die nächsten tage hier sehr gut schlafen können es ist scheiße war ich muss aber zum sommer hin muss ich mir unbedingt und wenn die da verkaufen ich habe direkt neben mir so ein tonventilator stehen aber die kann ich nicht machen weil man rot frisst alles ich musste den pegel so hochziehen seitdem ein update vorher lief das perfekt auf 35 das wurde ja auch empfohlen und irgendwie seit ich weiß keine ahnung muss ich komplett hochziehen was warum da habe ich jetzt hat sich die bismarke klaut ja hast du ich werde nie wieder mit dir in einem stream hier schiffe versenken das kannst du doch von den vorigen gründen das stimmt ok verzeihe dir das recht gewöhn dich nicht dran so jetzt kann ich doch wieder kann ich doch mache ich kann ich fahren soll ich könnte über c fahren und dann flankieren aber ist auch ein bisschen schwachsinn ich versuche jetzt hier über die c und dann über links ziehen ok wie haben die noch eine andere was ich habe nur gerade geguckt ob die zwei north carolina im team haben ich komme einfach nicht an der ist uns weit weg 20 21 kilometer von mir nur bei mir sind 24 man muss auch mindestens 16,5 kilometer ankommen und schießen können ja mal gucken ob das baguette das überlebt so hat aber gut eingeschränkt ja lockt immer ruhig hierhin 100 meter es wird aber nicht weniger 21,1 kilometer der haut ab ja mensch hol dir doch das baguette hat er und kann trotzdem nicht näher verdammte ich fahre gerade auf 24 kronen ja ich habe 24 1 war noch und noch von noch 24 ich habe 24 3 nennen so das heißt die halten jetzt gerade nur noch dass die die ein tier höhe ist das gesagt ich darf ja und was dann du bist besser als ich schon hast gerade mal nur 24 3 also wirklich erbärmlich 24 24 5 24 5 ich muss korrigieren 5 da steht 5 nice of all you bb's to hold back north of the no chance of you damaging your paintwork i love you so der carrier ist noch gar nicht gesichtet worden noch guck mal an der ist ja noch weiter weg hatte die mimi 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 hätte von dir ein jetzt kommt können 19,5 kilometer nur 22 damit aber das wird schwierig den einzuholen ja ich habe mir das nur eingeholt weil er so eine kurve gefahren könnten jetzt richtung c fahren durch die enge da das ist ja nischt na los beschwanger das schiff die bei uns dass ich dich holen das schiff du meinst du lässt es kiel zeigen das ist kiel holen äh ok bei dir was was ey ich sag mal da wir wissen es echt noch weiter du hast du das größere schiff also dass ich einfach mein schiff bei dir key holen mein schiff will das aber gar nicht woher willst du es wissen ja mein schiff kennt das schiff doch gar nicht das ist die könig ja die muss man kennen ja ja die muss man nicht kennen oh da kommt die Cleveland rum die kommt hier gerade rum ich drehe ab woher nahe genug dran ist die ist auf elf bei mir da muss ich jetzt nicht durch den wehrenge da fahren ich bin raus geflogen aus dem spiel ja dann bin ich ja ganz alleine hier ja ich komme gleich wieder rein wenn ich komm kannst du den bösen schaden machen oder ich treffe jetzt war sie gerade leider zu dir du machst mich nervös wenn du sowas sagst tritt jetzt gerade ab tritt ernsthaft die drehe wieder ab die sau jetzt also die sich vertreffen die man schießen die würde auch weil ich wollte doch ein ich habe es und hat sie gesehen dass er zwei schlachtschiffe sind ja da denke ich mir mal jetzt haut sie ab damit sie wahrscheinlich ein bisschen deckung von der carolina in der die 80 ist ja schon jwd man du feige socke ich komme fahr die du bist so still eigentlich könnte ich ja ja eigentlich könnte ich ja mal wieder milchreis kochen milchreis ja ich mag milchreis nur selbst gemacht ich darf nicht so viel mich essen aber ich liebe mich ich darf eigentlich auch nicht weil danach sehe ich aus wie ein ströselkuchen ja du bist schüchtern dann gehe ich auch wie ein hefekuchen aber ne ich vertrag milch und schweinefleisch nicht so gut aber manchmal ich habe schon ewig kein milchreis mehr gemacht letztes jahr letztes jahr habe ich gar keinen gemacht glaube ich das würde mal wieder zeit stehe ich noch du bist noch intakt perfekt hat keiner interesse an dir die sind gerade alle beschäftigt finde ich gut ja und die cleveland haut jetzt auch ab und die ist leider so schnell ich könnte ja nochmal die will nicht mit mir kuscheln warum dann mache ich irgendwas anderes was für zwei tage reicht dann mache ich uns dann milchreis und dann frage ich dann meine mama ob sie auch haben will dann kann sie sich was abholen weil für sich alleine macht die bestimmt auch keinen ach wir gewinnen das sowieso das match es sieht sehr danach aus die cleveland kommt sogar wieder zurück ich habe hier gerade ein geschützt ausgeschaltet boah das sind sogar zwei mich weiß ich weiß und die cleveland die von uns zukommt fucking hacker lord hacker idiot oh jetzt habe ich ein problem die mugami könnte mich theoretisch auch noch aufs jetzt haut die da ab hinter diesen verschissenen kack inselberg ja wenn ich glück habe komme ich genau in dem moment raus dann halt auf die noch komm schon wenn ich rauskomme und die pech hat dann kriegt sie eine richtig schön du bist du jetzt durch die enge ja ja ok na komm du feige nudel aim lol at what dude aha jetzt ist sie zu komm schon komm schon ich sehe sie nicht ich sehe sie da ist sie aber ich habe jetzt die die carolina wie so eine glaube ich dir das sogar komm nicht ein treffer ich weine gleich oh oh ich kriege besuch habe ich frei ja wenn ich pech habe dann zerstört das vorher noch ja alter unglaublich die sind böse die du kriegst ja richtig viel besuch ja dabei mag ich gar keinen besuch aber das sind ja nur normale ich will vor es ist ja zuviel du wirst ja dann wirst du dir am Arsch ja das ist wahr aber ich habe aber auch nur ein feuer Gott sei dank oh so er ist jetzt hinter der insel super das war's wow weißt du ich hätte die lovecare die andere noch mitnehmen können und dann war da vorne noch ein scheiß kreuzer er hat mal keine so gute runde mann aber ich bin nicht gestorben ist so gut äh schreib mit faddy wie meinst du damit Reuspa Reuspa was meinst du mit Reuspa er hat er hat er hat er hat er hat